Willkommen zum Basic Video 1 Stellenwert bestimmen. Kurze Wiederholung. Bereite dir einen Stift und ein Blatt Papier vor. Wie lauten die Teile der Division? Pausiere kurz das Video. Auflösung. Dividend durch Divisor ist der Quotient. Gut gemacht. Am besten schauen wir uns ein Beispiel an. Zuerst müssen wir den Stellenwert des Quotienten, also des Ergebnisses, bestimmen. Dafür betrachten wir die Stellen des Dividenden. Hinten sind die 1er, dann die 10er und dann die 100er. Du beginnst dich bei der höchsten Stelle des Dividenden zu fragen, wie oft passt der Divisor in die höchste Stelle. Bei unserem Beispiel würde das lauten, wie oft passt 2 in 2. Wenn das höher als 0 mal ist, dann kannst du ein Häkchen setzen. Hier setzen wir das Häkchen bei der 100er Stelle und machen nach dem Gleichheitszeichen einen Punkt für das Häkchen und einen weiteren Punkt für jede Stelle, die nicht unter dem Häkchen gelandet ist. Also hier wären das 2 weitere Punkte. Gut gemacht. Bevor du gleich im Zug bist, schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Wie bestimmt man den Stellenwert, wenn wir einen zweistelligen Divisor haben? Nicht anders als bei einem einstelligen. Du stellst dir wieder die gleiche Frage wie vorher und beginnst mit der höchsten Stelle des Dividenden. Wie oft passt 25 in 3? 0 mal. Damit kann ich kein Häkchen setzen. Jetzt rücken wir um eine Stelle weiter und schauen uns die Zahl aus den ersten beiden Stellen, den ersten beiden Ziffern an. Wie oft passt 25 in 37? 1 mal. Also muss das Häkchen über die 100er und die 10er Stelle gesetzt werden. Du machst nach dem Ergebnis einen Punkt für das Häkchen und einen Punkt für jede weitere Stelle, die nicht unter dem Häkchen ist. Nun bist du an der Reihe. Bestimme den Stellenwert der folgenden Aufgaben. Pausiere das Video. Schummeln hilft nichts. Damit beschummelst du dich nur selbst. Zur Auflösung. Hier gibt 2 E3 ein Mal. Also ein Häkchen und zwei Punkte. Bei der nächsten Aufgabe 50 passt nicht in 4, auch nicht in 45, sondern erst in 450 hinein. Damit gibt es nur einen Punkt. 9 passt nicht in 1, aber dafür in 12. Hier musst du 2 Punkte setzen. 12 passt nicht in 7, dafür aber in 76. Hier musst du dann einen für das Häkchen und 2 weitere Punkte setzen. Gut gemacht. Wenn deine Lösungen richtig waren, können wir schon zu rechnen beginnen. Rechnen werden wir im nächsten Video. Ich habe mich noch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.